So, let's go. Next Runde. So, jetzt wieder mit Dedica zusammen sein. Er kommt jetzt hier oben. Task. Lass uns beisammen sein. Vielleicht wird die Runde jetzt besser, weil die Crewmates sind. Gemeinsam Task. Das ist zusammenlaufen. Sag nicht, dass du schon wieder Imposter bist. Na, hier. Ich habe meine Tasks. Komm mit. Kommst du? Oder bist du da? Komm mit. Hier habe ich meine Tasks. Ja, komm. Bring mich um oder folge mir. Licht fixen gehen. Komm. Den Dunkeln verlieren wir uns nur. Ah, sehr gut. So, hier habe ich noch Tasks. Wo habe ich meine Tasks? Hier habe ich meine Tasks. Wie, der bringt mich jetzt schon wieder um. Das kann ja nicht sein. So. Da unten habe ich meinen Tasks. Komm mit. Und du hast hier noch einen Tasks. Sehr schön. Leiche in O2. Felix. Sie. Und O2 ist noch mal wo? Sorry, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Karte aufmachen, bitte. Ein Channel oben drüber. Es geht jetzt hier leider nicht. Unten links. Achso. Du bist doch gerade in O2 reingelaufen. Äh, nein. Ich stehe im Office. Bist du gerade in O2 reingelaufen? Hä, Charlie? Hast du mich nicht mehr gesehen? Doch, ich habe dich ganz kurz gesehen. Aber du bist halt Richtung Ausgang gelaufen. Keine Ahnung. Ich stehe gerade am Wires. Ja, das kann sein. Am Eingang zum Table. Ja, das kann sein. Das kann sein. Dann will ich den jetzt das oben sehen. Der war in den Lifelines. Jetzt literally vor fünf Sekunden oder sowas. Äh, Felix, es tut mir echt leid. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Oh, ey. Was macht das denn überhaupt für einen Sinn zu spielen? Nee, Felix, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen, Felix. Ja, das sind hier die Fragen. Ja, das ist der Sinn des Lebens. Ja, ja. 42, Felix. 42. Du musst jetzt gleich, du musst nicht gleich am Großen und Ganzen zweifeln. Ja, also. Was hat die Welt für einen... Ja, und Bielefeld existiert überhaupt gar nicht. Oh, 42. Ja, also, nee. Dafür muss ich jetzt voten, Alter. Es tut mir leid. Felix, Felix. Nee, dafür hat er mein Vote. Warte mal. Wo habe ich dich gesehen? Ich habe dich bei Lights Fix gesehen. Du warst auch da. Genau. Dann bin ich nach rechts raus. Und Elek Hydra war auch da. Genau. Und ich bin nach rechts im Lab gewesen. Da waren dann Zwergi, glaube ich, und noch jemand. Ist Felix mit dir raus? Lady Cuts. Natürlich. Weiß ich gar nicht. Ja. Wir sind diesmal zusammengeblieben und haben Task gemacht. Wir sind ein Bündel. Ich habe kurz auf Handy geguckt gehabt, wenn ich nach rechts gedrückt habe. Hä? Warst du mit uns bei... Bei... Elektrik... Bei... Elektri... 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 Ich habe die Lights gefixt, alleine. Ja. Sie waren genau fertig, als ich drin war. Richtig. Und dann ist irgendwann Felix gekommen und der ist dann in O2 wieder abgezischt. Genau. Ja, aber... Nee, in O2 bin ich nicht reingelaufen. Ich bin nach rechts raus. Ich weiß es gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Wir schauen uns... Was ist jetzt los? Was ist los? Schau mich dir mal an. Den wollen wir jetzt voten, oder? Ich bin relativ über... Nein, was willst du voten? Komm, jetzt geht's. Jetzt geht's. Charlie hat mich doch gerade gesehen. Ich stand in Office drin. Ja, gerade eben. Gerade eben. Das ist doch... Mentos, ich habe doch gesagt, warum ich Felix gewartet habe. Vielleicht sind es ja auch Charlie und Felix. Na komm, Digga. Ich bin eigentlich safe mit Skylab. So, komm, komm mit. Ich bin ganz gut. Ladycats und zwei gibt's nur gemeinsam. So, komm, mach mal deinen Task. Wo hast du deinen Tasks? Ich hab da drüben beim Electrical... Das hier in deinem Task. Ich mach das gemeinsam mit dir. Ich geh mich nicht schon wieder. Ich vertraue dir. Kannst doch nicht schon wieder ein Poster sein. Komm, hier rüber gehen. Hier. Ich geh noch mit dir. Okay, okay. Ich mach's ein Task. Ich muss dann rüber zur Electrical. Na komm. Das dunkel. Komm jetzt. Das grün. Ich hab hier meine Task. Die ist hier oben. Ich hab hier meine Task. Kabel verbinden. Hier unten. Hier unten. Hier unten rein. Was auffüllen. Wee, du gehst nicht schon wieder. Das kann ja nicht mal sein. Charlie. Ich hab's verloren. Wo ist er? Nein. Ich hab's verloren. Ich geh zu Electrical. Dunkel verloren. Wo ist die Kollegen? Hier ist er. Nice. Da kommt. Zum Office muss ich. Muss zum Office rüber. Gemeinsam. Da musst du was machen. Okay. Dann gehen wir zum Office rüber. Na komm. Ist er mit mir? Runter. Na. Wo ist er denn? Komm. Komm mit. Ich muss zum Office. Ich hoffe, die folgt mir. Im Dunkeln sieht man's halt nicht. Oh. Perfekte Kabel. Sehr schön. Jetzt hier. Wasser auffüllen. Ein paar Festtasks. Und da hab ich die nächste Task. Und dann geht's auch schon weiter. Download. Ja, solide gespielt. Sehr schön, Felix. Dankeschön. Ja, sehr schön. In electrical. In lab. In lab. Das ist ja wunderschön. Ich hab's wirklich geschafft, Leute. Ihr habt's wirklich geschafft. Lenny, ich hab wirklich. Ich saß hier. Hab meine Hände zusammengelegt und gebetet. Bitte schaut zum Scan. Bitte schaut zum Scan. Bitte schaut zum Scan. Bitte schaut zum Scan. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hab's direkt in der ersten Task. Das hast du schon gesagt. Auch wenn Felix den Kill nicht gemacht hat an Cassi, aber... Immerhin, weil er die Katz diesmal nicht den Post hat. Jaaaah. Waren das drei? Ne, zwei waren das. Zwei. Zwei. Das waren zwei. Das war einer. Let's go. Zwei eine halbe. Zwei.